Hallo ihr Lieben! Hallo! Wir wollten euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Genau, und feiert schon ins neue Jahr rein, einen guten Rutsch. Heute kommt leider kein Do-It-Yourself, das haben wir zeitlich leider nicht geschafft, aber wir feiern heute auch ein bisschen und ich hoffe ihr habt auch eine schöne Feier heute. Genau, und dann sehen wir uns nämlich auch schon nächsten Mittwoch wieder mit unserem nächsten Do-It-Yourself. Ja, und wir wollten noch nochmal Danke sagen für die letzten acht Wochen, das war wirklich super. Ihr seid echt eine tolle Unterstützung und eine tolle Community, die wir bisher haben, das freut uns total. So, und wenn ihr das nächste Jahr uns nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte, wir freuen uns immer sehr darüber. Ja, und wenn ihr traurig seid, dass heute nichts kam, dann guckt euch doch vielleicht einfach nochmal die Videos an, die wir letzte Woche gemacht haben und dann geht es auch schon weiter nächste Woche. Also habt Spaß, im neuen Jahr rutscht gut rein. Genau, macht's gut. Viel Spaß mit euren Freunden und Familie und dann sehen wir uns 2015 wieder. Macht's gut.